Willkommen bei JK Los Lais. Also wir sind mal wieder auf der Tour in Frankreich. Wir gehen, wie man hier sehen kann, in eine Kassamatte. Ein kleiner Bunker. Heute ist dabei wieder meine Frau. Dann gehen wir mal hin. So. Servus Simon von Lost & Found Obex. Lässt bei ihm mal auf dem Kanal ein Abo und ein paar Likes da. Wird mich sogar freuen. Auch für ihn. So, dann nehmen wir euch mal mit. Wer schauen möchte, bleibt dran. So, dann gehen wir jetzt mal rein. Wenn du Hunger hast, mach einfach den Mund auf. Also von außen sieht man schön, dass der Bunker schön beschossen ist. Also hier sieht man. Eine kleine Kassamatte. Hier ist die Stahltür. Sehr verbogen. Ich weiß nicht, wie man sowas hinbekommt. Hier ist eine Skischarte. Hier sind die anderen allen. Jetzt noch ein Geschützturm. Ziemlich runtergefahren. Oh. Da ist doch ziemlich viel drin in diesem Schützturm. Ich werde, wenn ihr das erst sehen könnt. So mit der Lampe. Dann gehen wir mal dahinter. Also hier sind auch nochmal so Viehscharten. Das kann man schön sehen. Dann gehen wir noch ein bisschen raus. Hier sieht man es überall. Total abgebröselt. Also sehr beschossen wurde. Hier oben an der Ecke sieht man es richtig. Hier ist alles weg. Hier noch eine Skischarte. Hier müssen wir anderen sein. Ja genau. So, dann gehen wir mal auf den nächsten Geschützturm. Hier noch eine Skischarte. Hier waren die Karnaten rauszuschmeißen. Das sieht man schön. Und hier, das weiß ich jetzt nicht was das ist. Abfluss oder sowas. Das ist sehr tief auf jeden Fall. Hier ist nochmal eine schöne Spinde. Und hier nochmal der Geschützturm. So, dann gehen wir mal runter. So, dann gehen wir jetzt mal hier und dann hier runter. Oh, da steht sehr viel Wasser. Wasser. Oh, das ist Schlaf, Freunde. Oh, ich kriege klasse Füße. Also hier sieht man, da waren die Betten. So, dann gehen wir mal dahin. Uh, ich habe jetzt schon nach den Füßen. Eigentlich scheißegal. Jetzt will ich noch weiter. Hier ist noch so ein Raum mit Betten. Lauter Betten, wie man sehen kann. Oh, der Schalt hier ist schön. Hier ist noch so ein tiefes Loch. Ach, das war das, was wir von oben gesehen haben. Hier sieht man es. Und da ist noch eine alte, das sieht aus wie eine Gasflasche, eine alte. Und hier ist einfach nur ein kleiner Raum in Rund, den man sehen kann. Mehr ist das hier nicht. Hier ist noch ein Raum. Da ist nichts mehr drin. Ein kleines Regal hängt hier noch. Das war's. So, dann gehen wir weiter. Hier ist auch noch was kleines. Ah, hier ist die Toilette. Und hier, denke ich, hat das Stromartigat gestanden. Hier in diesem Raum. So, dann war's das. Das ist ja mal eine sehr kleine Kassamatte. Also, die letzte Kassamatte, wohl schon mal, die war größer. Wenn euch das Video gefallen hat, lässt einen Daumen nach oben. Abonniert unseren Kanal. Der Backung hier oben klicken. Bis zum nächsten Mal. Ciao.